willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ich bin heute auf dem rathos 10 auf den alex account hat mal ganz bestimmten grund und er hat es am thumbnail gesehen bespiele ich eher selten das stimmt schon ich bespiele diese accounts hier vermutlich ein bisschen zu selten aber ich bespiele sie das könnt ihr hier sehen das dorf ist gewachsen oder die dörfer sind gewachsen denn ich habe ja da müssen ein bisschen in der playlist und das krollen ich habe ja angefangen zwei zehner gleichzeitig hochzuziehen weil es ja so brüder account sind und der donnerbenkel hier bei den best clashern den habt das schon öfter glaube ich mal gesehen der sieht genauso aus der hat die gleichen truppen der die gleichen forschungen also alles läuft fast exakt gleich außer die mauern habe ich so ein bisschen anders bei dem ein dorf gemacht als beim anderen hier bin ich in der mitte angefangen beim alex habe ich irgendwo außen angefangen die mauern zu machen und ich glaube auch die anzahl passt nicht ganz denn dann der eine spielt mal ein bisschen mehr zika der andere setzt mal ein bisschen mehr aus im moment müsste ich eigentlich mit allen rot sein hier denn das wochenende naht ja und da möchte ich eigentlich nicht in den klarkrieg drin sein wenn ich irgendwo in hamburg rumeier aber ihr seht das anhand der bauarbeiter die ich frei habe ich muss noch ein bisschen sprung fallen machen natürlich viele 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 mauern die bleiben immer dann natürlich so ein bisschen liegen wenn ich hier eigentlich nur das wirklich nötigste mache ich hätte auch schon lange fertig sein können denke ich mal wenn ich die so ein bisschen exzessiver bespielt hätte aber egal hätte hätte fahrradkette und einiges bleibt dann leider auch liegen dennoch möchte ich so ein bisschen ein bisschen am ball bleiben ich habe noch drei king level hier zu machen bis auf 40 und hatte eigentlich gedacht dass ich so den 40 feiere ich mit dem hammer ich weiß nicht wie ihr das macht ich habe gesehen dass ich mir noch gar nicht die hammer hier geholt habe für das nächste rathaus damit ich diese downtime nicht habe das heißt wir machen uns erstmal die hammer voll und damit haben wir auch mal so ein bisschen was von unseren sachen ausgegeben dann habe ich jetzt sieben tage downtime daraus ich baue ja im moment gar nichts damit aber egal ich habe sie erstmal für den nächsten rathaus level um damit irgendwas hoch zu ballern damit ich den timer dann nicht mehr habe von dem den hammer und also der soll jetzt noch zweimal pennen denke ich mal ich habe auch noch ein heldenbuch habe ich noch ein heldenbuch ich habe kein heldenbuch aber es gibt ja ein heldenbuch glaube ich im pass und b glaube ich auch hier bei den klaren spielen oder ist mir schon wieder eins flöten gegangen okay dann seht aber mal wie das aussieht wenn man hier jetzt drauf geht das was so passiert auch angesagt hat man kann die zeit wieder hinzufügen mit so ein paar gems aber ich habe jetzt gestern abend im stream gehört das kann auch mal ein bisschen teurer sein vermutlich je nach aufgabe oder so aber die zehn gems sind es mir jetzt nicht wert hier 500.000 elixir im mehr spieler kämpfen das heißt das ding löschen wir wirklich mal und dann können wir uns neun nehmen eigentlich hätte ich ganz gerne ein der irgendwas mit ck zu tun hat haben wir hier aber leider nicht dann lassen wir es hier erst mal sein denn ich möchte ganz gerne mit euch heute zweimal rathaus sehen live machen hier und zwar ihr seht das hier auch da weiß ich nie so passt die truppen kombination wie gut oder wie schlecht bin ich eigentlich mit mit welcher truppe und ich habe hier ein fast lupenrein gehockt ausgebildet so ein bisschen verfremdelt mit mit zwei geistern die nämlich mal so ein bisschen zum funnel so lange wie wir die noch haben können wir die in jedem fall nehmen und in der kriegskarte habe ich mir auch mein gegenüber markiert auch die die gestern gesehen haben im stream hat mich mal wieder so ein elfer weggeblasen hier die nummer 17 vor allen dingen also der ist tiefer als ich das ist diese base hier die nehmen wir uns danach vor zeige ich euch dann aber erst mal nehme ich mein gegenüber hier schöne kasten base kasten kasten also ka eine kasten base oder so eine quadrat base hier eine box base box base und mal sehen wie ich hier rein fahren kann beziehungsweise ich möchte ganz gerne eigentlich mit meiner karre weit fahren das gelingt mir auch im rathaus 10 bereich nicht immer wirklich gut aber mal gucken mal sehen ich habe ein golem dabei der kann dann auch ein bisschen noch mit weg denken und ich würde sagen lange rede kurzer sind ich springe aufs tablet und dann sehen wir uns in sekundenschnelle wieder die sekunde ist um ich bin jetzt auf dem tablet denn meine live angriffe mache ich immer nach wie vor ausschließlich irgendwo am tablet oder am handy und ich hatte mir die ja schon ausgeguckt hier vom g man also die base hier zu machen und ich muss mal sehen wir wollen ja eigentlich immer so ein bisschen die queen und die helden weg weg bekommen und ein wenig funneln ich habe gedacht ich komme über diese seite hier rein also auch mal so ein bisschen live planung von mir und dass ich das lager weg mache dass hier auf jeden fall meine truppen hier oben nicht nicht lang laufen beziehungsweise nicht lang kommen sondern dass ich hierüber mit meiner karre hier schön quer durchfahre und dann über diese flanken hier später meine hocksätze mal gucken ob das funktioniert öfter öfter mal funktioniert es nicht aber ich gehe mal rein hier in attack und gucken wir mal rathos 10 ist wirklich ist nicht wirklich mein ding aber vielleicht gelingt mir doch mal ein bisschen was also hier schon mal vor 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 weg so ein bisschen gefahren und jetzt ist es eigentlich an der zeit dass wenn golem setzt ich muss jetzt mal gucken wo der golem hingeht wenn ich den google dort setzte nehme jetzt mal meine karre hier mit rein oder geht nach außen der geht nach da rein okay das macht aber nichts das ist nicht so schlimm dass er dahin geht denn meine helden müssen hier mit rein meine helden müssen hier mit mit rein ins quadrat die sollen wir auf jeden fall nicht außen lang laufen das sieht schon mal ganz gut aus auch die kriegen geht ein bisschen raus okay die queen geht mal wieder ein bisschen raus aber auch das ist glaube ich nicht ganz so schlimm da haben wir jetzt einen drachen drin beziehungsweise ein baby drachen der ist natürlich ein bisschen bisschen dusselig platziert an der stelle ich nehme hier jetzt schon mal meine ganzen sachen hier in wut da die clan buch hier jetzt schon raus ist nämlich jetzt schon meine hocks hier die ich jetzt mal gerade gerade schon mal so ein bisschen reinbringe von außen auch noch ein paar mit hier rein nehme und queen ist noch zündbar das sieht auf jeden fall schon mal ganz gut aus wir nehmen hier beim flächenschaden immer unsere hoggies und wir das was ich nicht vergessen darf hier hinten schon mal ein bisschen clean absetzen soll jetzt muss ich meinen fokus wieder auf den heilzauber bekommen da ist der nächste heil einmal da einmal da ich muss man muss sich wirklich immer so ein bisschen konzentrieren und ich glaube wir heilen die ganze meute hier komplett noch mal durch ich darf meine queen nicht vergessen denn die muss hier noch weiterhin in heilung bleiben okay das sieht aber ganz gut aus und mein glück gehabt glücke habt gerade noch so den den focus verloren von dem von dem inferno und jetzt geht es nur noch darum den clean up hier zu machen also box base rados zähne hat oder kannst du doch noch naja ihr wisst schon dieses mit dem huhn da jedes blinde huhn findet auch mal ein korn oder so also so komme ich mir manchmal vor aber ich glaube die haben wir ganz gut gemacht die drei sterne auf mein gegenüber also der ist jetzt so ein bisschen ebenwürdig stark auch hat auch eine max denke ich mal eine max out base und als nächstes nehmen wir uns den elfer vor der mich ebenso geplättet hat ich habe eine kurze downtime jetzt wegen dem king aber die drei sterne haben wir schon mal reingebracht also rathaus 10 könnt ihr euch so wegpinnen so die truppen kombi ist glaube ich ganz gut der funnel war ein bisschen merkwürdig der golem ist doch ein bisschen weit dann außen lang gegangen richtung magierturm weil der natürlich nicht hinter einer mauer stand das hätte ich auch mit berechnen müssen aber manchmal der ging da und hat einfach sein hat das feuer einfach auf sich gezogen und mit 28 box kann man aber eigentlich nichts verkehrt machen und die nächste nummer die wir nehmen ist in jedem fall die nummer 17 ich baue hier mal die eventruppe nach train und so 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 an gift hatte ich noch alles klar ich würde sagen kurzer cut ich schmeiße man dran ein und dann machen wir noch einen zweiten angriff okay alles ready hier ich habe noch ein bisschen rein gepumpt hier das heißt ich habe noch einen trank genommen dann bleibe ich jetzt gleich mal ein stündchen länger denke ich mal auf den dorf und dann gehen wir mal rein der der micha genutzt hat war ja hier die nummer 17 die nummer 17 ist eigentlich ist ein rathaus 11 allerdings ohne infernos und ohne adler artillerie allerdings mit ziemlich starker rest defense und da hat sich erst der puma dran vergeblich versucht der puma ist ein rathaus 9 und dafür ist so ein ding einfach glaube ich ein bisschen bisschen arg schwer habe ich immer so das gefühl ich habe gestern abend im stream schon gesagt da muss einfach ein 10er ran punkt der 10er bin jetzt ich mal sehen kann ja auch von von mir ein fail sein und gegen solche bases kann ich euch sagen hilft immer so eine truppe in jedem fall ich kann die zwei fries auch eigentlich weglassen nur habe ich mir gedacht fließen einfach mal die klaren durch ich weiß ja jetzt schon was drin ist damit die in jedem fall weg geht habe auch noch zwei gift zauber dabei die queen lassen wir da mal die queen lassen wir mal doch da wo die queen ist und wir haben die karriere ausgewählt also ich fange immer so ein bisschen anders an mit riesen hexen bowler und zwar setze ich immer ich nenne es mal so zwei riesen hier zwei da und zwei da so dass ich hier auf jeden fall in den ecken mein funnel bekomme und und ich bin und ich natürlich so ein bisschen geweiht bin was wenn es darum geht irgendwo ein troll tesla aufzulegen oder so aber ich habe den ungefähr schon gesehen karriere mit rein richtung rathaus die helden hier mit dazu und dann kannst ihr jetzt in diese base reingehen muss mal gucken wo ich denn eigentlich springe da kommt jetzt schon mal die clanburg raus ok ich hatte ja gesagt die vor rasten wir einfach mal weg hier und dann kann meine meute jetzt ein bisschen weiterfahren ich glaube hier hinten es ist der sprung ganz gut aufgehoben ich nehme den heilzauber auch mit dazu und hier hinten haben wir ja noch eine queen die da auch noch ein bisschen rum nervt also nehmen wir die auch noch mal so ein bisschen in gift hier mit rein und das müssten eigentlich das müssten eigentlich schon ein paar sterne sein hier mal sehen wie weit meine truppen gehen also wie gesagt rathaus 10 oder rathaus 11 defensive auch wenn hier jetzt kein kein tesla und nichts dabei ist ist nicht zu unterschätzen an der stelle king springt auch noch mal wunderprächtig hier rüber wunderbar hier haben auch kein troll tesla außen oder sowas und ich habe noch ein fries über ein magier dem magier könnte ich eigentlich schon setzen den lassen wir hier mal mit laufen den lassen wir da mal einfach mal mit laufen und dann haben sich meine truppen hier noch durch die queen kriegt jetzt gerade beschuss dort und jetzt ist der beschuss aber wieder weg man jedoch nicht okay die kriegt immer noch beschuss dort dann muss ich sie jetzt doch zünden und dann machen wir die böse kanone hier mal mundtot und damit haben wir auch die base hier gedreht also ganz easy peasy hier ich denke mal auf solche bases sind rathaus 10er dann doch mit ihren 240 truppen und vielleicht in etwas stärkeren helden etwas besser aufgehoben als dass sich erst mal neuner daran quält hätte man sich auch ein angriff sparen können die wir dann den wir dann im rathaus 9 bereich machen müssen und so habe ich mich zumindest jetzt an der nummer 17 gerecht ich glaube den klang krieg gewinnen wir auch sieht ganz gut aus vor allen dingen hier im oberen bereich muss ich sagen habe glaube ich auch schon hier haben wir schon dreier haben wir schon dreier hingelegt von doctor shin und mal sehen den habe ich noch gar nicht gesehen das hart verteidigte dorf hier oben ums rathaus rum wir das gemacht mit geistern auch nicht schlecht hat einfach mal die geister genommen auch nicht schlecht so lange wie die truppe da ist hier unten 33 toll test drei toll tesla auf sechs die sind natürlich guck mal die machen die schießen glaube ich nicht einmal oder das schafft er der eine königsgeist schafft er das auch nicht ganz okay da muss er dann noch einen nachsetzen aber habt ihr gesehen das nützt dann alles nichts gegen diese geister hier ist kein kraut gewachsen und jetzt hat er unten ich hoffe er hat er hat er gesehen wir haben gesehen es werden in jedem fall 100 prozent oben stellen wir schon mal die helden weg jetzt kannst du schon mal richtung rathaus gehen wunderbar unsichtbar erst mal noch die queen da oben weg machen also naja ist schon eine nette kombi hier eine nette truppe die königsgeister und ein paar tage haben wir sie ja noch allerdings zur wm und zur zum start der nächsten liga ist die truppe glücklicherweise weg das wäre echt fatal wenn die noch da wäre sie sind nicht genervt worden jetzt in letzter zeit also ich glaube auch nicht dass sie noch einen nerf bekommen dass sie noch mal geschwächt werden wohin auch immer nicht so lange unsichtbar oder ja okay durch die mauren werden sie natürlich immer gehen und er hat jetzt noch ein ein lava hund hier den er machen muss ist natürlich sehr nervig vor allen dingen weil die queen da sicherlich rauf geht aber er nimmt hier fast den kompletten flächenschaden rausguckt euch das mal an 68 prozent nur mit den geistern bevor er mit seinem killsquad hier reinkommt das ist echt schon krank das ist echt schon krank und guck mal da oben da sind noch zwei x bogen und okay die infernos sind jetzt natürlich noch da aber da hat er auch ein bisschen glück dass zwei single infernos dabei sind und er haut direkt seine bets hier ohne wut ohne alles einfach auf den inferno drauf das reicht auch also hat er echt gut hat er gut gesehen glaube ich dass man die base genauso machen kann an der stelle und dann ist das schon so ein bisschen man könnte schon fast ein kleiner overkill hier ich weiß gar nicht ob er da überhaupt eine fledermaus verloren hat also cooles ding hier so kann man es machen auf die base aber nur mit den königsgeistern mit anderen truppen muss man sich da so ein bisschen was anderes einfallen lassen also bitte nicht nachmachen queen war sogar noch zündbar denn es funktioniert nicht mehr in ein paar tagen und die paar tage sind auch irgendwann mal vorbei ich schaue mal waren die events ja sieben tage 19 stunden haben wir das ding noch und wie gesagt zur liga die fängt in sieben tagen an müsste der königsgeist eigentlich weg sein 19 stunden ja das ist dann zu den ersten kampftagen ist er in jedem fall geschichte und ich will mich mal hier jetzt ein bisschen ran halten dass ich hier noch so ein zwei sachen hinbekomme mit diesem account hier also mal so ein bisschen rat aus 10 action ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen also so kann man es machen und ich muss sie einfach mal ein bisschen mehr bespielen ich hoffe ihr bespielt eure rathaus 10 also ein bisschen mehr als als ich und ihr könnt mir das gerne mal sinnvoll in den kommentaren hinterlegen mit welchen kommen bis ihr denn so im rathaus 10er bereich angreift ob ihr dort auch gerade mit dem bett spell ein bisschen was macht ich kann mit diesem account mit dem bett spell noch nicht so viel machen weil ich ihn erst auf 1 habe dann müsste ich immer macht dran nehmen aber es wird in jedem fall der nächste der bei mir im labor läuft und wenn euch das ganze gefallen hat dann lassen wir einen daumen nach oben da aber nicht vergessen damit ihr keine folge mehr von mir verpasst müsst ihr die blocke stellen bis dahin euer toto escht und 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 und